Ich komme gerade von der Schule und habe mir so überlegt, ob ich nicht mal was für euch aufnehme. Heute habe ich mal ein ganz besonderes Thema am Start. Nämlich will ich über die Flüchtlingskrise sprechen. Nein, das ist doch eine Schnauze! Ich habe in letzter Zeit sehr auf PvP trainiert und bin... Nein, nein! Nein! Also das, was ich einfach nur krass finde von euch. So, es gibt ein paar Leute, ähm... Also ich will jetzt keine Namen nennen. Die bieten mir PvP-Unterricht in Minecraft an. Und das finde ich einfach nur scheiße von denen. Ich brauche keinen PvP-Unterricht. Ich bin gut! Nein, nein, nein! Der zählt doch eine Schnauze! Der hat ein Eisenschwert. Wir müssen den bekommen. Was? 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 Den müssen wir bekommen. Leute! Nice! Das ist so spannend einfach. Alter, wenn ich diese Runde gewinne, dann will ich, dass ihr mir ein Like gibt. Und nein, ich bin nicht Like geil. Ein bisschen vielleicht. Ja, und das, was ich gerade auch nur schade finde... Ich habe kein Mountain View mehr, da ich alles leer getrunken habe. Ich habe mir insgesamt sechs Flaschen gekauft. Und die habe ich innerhalb von zwei Tagen leer getrunken. Leute, halt, wenn wir diese Runde gewinnen! Alter, das ist nicht... Nein! You know I'm not a boy! Waaat! Waaat! Oh mein Gott! Wuuuuh! Oh! Oh mein Gott! Mama, ich habe gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich komme drauf gar nicht klar! Oh! Fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich war great! Wow! Wow! Och.